Du hast schon mal von dem Begriff Manifestation gehört und auch vom Schamanismus und vielleicht fragst du dich, hat das eine was mit dem anderen zu tun? Kann ich mit schamanischen Methoden manifestieren oder mit Manifestationen Schamanismus betreiben? Oder hängt da irgendwie was miteinander zusammen? In diesem Video werde ich dir erklären, wie ich das Ganze sehe und was Schamanismus und Manifestation gemeinsam haben. Hi, für alle, die neu sind, mein Name ist Mehdi, ich bin Biologin, Autorin und Schamanisch-Praktizierende und auf meinem Kanal geht es rund um das Thema Schamanismus, Spiritualität im größeren Sinne und wie du schamanische Methoden in deinen Alltag integrieren kannst, um dein Leben schöner und erfüllter zu gestalten. Ja, das Thema Manifestation und Schamanismus sind zwei Themen, die mich schon relativ lange begleiten, weil ich mich einfach für beide unheimlich interessiere. Und dann ist mir über die Jahre aufgefallen, wait a minute, da gibt es eigentlich eine Sache, was beides verbindet und auch erklärt, warum Manifestation funktioniert und auch, was wir eigentlich manifestieren sollten in unserem Leben. Aber bevor wir jetzt so sehr in den Detail gehen, first things first, als erstes, was ist denn überhaupt Manifestation? Dazu habe ich mal geguckt im Dictionary und habe euch mal eine kleine Definition rausgesucht, die ich finde da eigentlich ganz gut passt. Also Manifestationen sind im Prinzip eine Ansammlung auch von Methoden oder eine Praxis, um etwas, was wir uns wünschen, was wir haben möchten, dadurch, dass wir uns sehr stark darauf fokussieren, dass wir Affirmationen durchführen und verschiedene andere Methoden in die Realität zu holen. Also etwas, was aus unserem Kopf sozusagen als Idee entsteht, als Wunsch da ist, durch verschiedene Methoden in die Realität zu bringen. Das ist die Manifestation. Und es gibt unheimlich viele Methoden vom Scripting, also im Prinzip schreibt man sich auch, wie man das Ganze dann erleben möchte, wie es dann wirklich in der Realität sein soll. Zum Beispiel, wie man seinen Traumpartner findet oder Partnerin findet oder aber wie man Millionärin wird, solche Sachen. Und bis hin zu Affirmationen, also man sagt immer wieder, ich habe das, ich bin dankbar dafür, es ist so schön, dass es in mein Leben gekommen ist. Also man fokussiert sich sehr, sehr stark auf diesen Wunsch und hofft damit, dass sich das Ganze in die Realität umsetzt. Und es gibt zwei Gesetze, die in dem Zusammenhang sehr häufig genannt werden. Das eine ist Gesetz der Anziehung und das andere ist das Gesetz der Annahme. Ich finde beide sehr, sehr ähnlich, auch relativ schwer zu differenzieren, aber ich versuche es trotzdem mal. Das eine Gesetz der Anziehung geht davon aus, dass wir wie so eine Art Magnet sind. Also wir ziehen an, obwohl ein Magnet ja das Gegensätzliche anzieht. Also es ist im Prinzip so, wenn du immer gut drauf bist, wenn du positive Gedanken hast, positive Gefühle hast, dann wirst du auch mehr Positives in dein Leben hineinziehen. Während wenn du dich ständig nur ärgerst, wenn du jammerst, dass du zu wenig hast, dann wirst du auch noch mehr von dem, was nicht da ist, sozusagen heranziehen. Also auf das, was du dich fokussierst mit deinem Leben, mit deinen Gedanken, mit deinen Emotionen, das ist das, was du in dein Leben hineinziehen wirst. Deshalb versucht man bei dem Gesetz der Anziehung eben, sich immer in möglichst positive Gedanken zu bringen, immer versuchen, positiv zu sein, die Energie hochzuhalten. Das andere ist das Gesetz der Annahme und da geht es mehr darum, dass du im Prinzip annimmst, dass das, was du annimmst, auch wirklich ist. Also wenn du sagst, okay, ich bin Millionärin, das ist das, was ich annehme, das ist meine Annahme und so ist es auch. Auch wenn es vielleicht in der wirklichen Welt, in der 3D-Realität um dich herum noch überhaupt nicht gar nicht zu sehen ist, aber du weißt für dich, okay, ich habe beschlossen, ich bin Millionärin, also ist das auch Wirklichkeit so, das ist real und das, was ich jetzt hier im Außen sehe, das ist sozusagen verzögert. Also ich habe das jetzt erstmal für mich angenommen und meine Welt um mich herum muss ich erstmal neu sortieren, damit das dann auch sich in der Realität zeigt. Aber nur, weil es noch nicht da ist, heißt es nicht, dass es nicht wahr ist, nicht real ist. Und dadurch, dass man eben annimmt, okay, ich bin jetzt schon Millionärin, zieht es auch nach sich, dass man dann auch schon so handelt wie eine Millionärin. Also im Prinzip gucke ich, wo kaufe ich mir das nächste Haus oder keine Ahnung. Ich denke, ich habe keine Geldsorgen, weil ich habe ja genug Geld. Also dann versucht man wirklich diese Verhaltensweisen von dem, was man haben möchte oder derjenige, der man sein möchte, zu übernehmen. Und daraus sozusagen entwickelt sich dann die Manifestation, weil man schon so tut, als ob man hat, was man haben will. Und nicht nur so tun, als ob, sondern man ist wirklich fest davon überzeugt, dass das Realität ist und dass sich das dann auch im Außen, in der Außenwelt zeigen wird. So, und wie hängt das Ganze jetzt mit Schamanismus zusammen? Dafür nochmal kurz in eine Rückblende. Schamanismus, was ist das eigentlich? Also worum es im Kern geht, ist, dass im Schamanismus alles eine Seele hat. Also alles ist beseelt. Und wenn wir jetzt mal überlegen, was heißt das eigentlich? Was ist eine Seele? Auch da kann man sich bestimmt stundenlang drüber unterhalten. Aber auf einen Satz runtergebrochen ist, dass es eine universelle Lebensenergie gibt, die in allem sich manifestiert, die alles beseelt. Und sowohl in uns Menschen als auch in Tieren, Pflanzen, in Pilzen, Steinen, Landschaften. Also überall findet sich diese universelle, hochintelligente Lebensenergie, die im Prinzip wie so eine Lebenslinie alles durchfließt und wie so ein Lebensfluss alles durchfließt und das dadurch am Leben hält. Da ist jetzt der gemeinsame Nenner von der Manifestation und vom Schamanismus. Denn in der Manifestation wird letztlich auch davon ausgegangen, dass wir Schöpfer sind. Wir sind Schöpfer. Und dass wir die Power haben dazu, Dinge in die Realität zu bringen, einfach nur, weil wir sie uns vorstellen. Weil wir in unseren Gedanken, mit Hilfe unserer Gedankenkraft das Ganze uns da so sehr drauf fokussieren, dass es sich materialisiert, dass es in der 3D-Welt irgendwann zu sehen sein wird. Und ob man das nun darüber macht, dass man Affirmationen hat oder sich auf positive Gefühle konzentriert oder skriptet oder ständig sich vorstellt, wie alles auszusehen hat, das ist erstmal egal. Aber die Grundannahme ist, wir Menschen haben diese Power, diese göttliche Schöpfungskraft in uns und wir müssen sie nur benutzen, um das zu kreieren, was wir in unserem Leben sehen wollen. Genau. Und das fand ich erstmal ziemlich spannend, weil im Prinzip nicht so sehr viele Leute in der Manifestationsszene darüber sprechen, dass diese eigentliche, also wo kommt denn eigentlich diese Kreativitätspower her, diese Manifestationspower. Und ich habe ein paar Leute nur darüber sprechen gehört und dachte so, ja, das ist das fehlende Puzzleteil, wonach ich gesucht habe, um herauszufinden, warum Manifestation wirklich funktioniert oder funktionieren kann. Was ist denn eigentlich der Mechanismus dahinter? Und das hat mir auch geholfen, mich zu fragen oder mir die Frage zu beantworten, woher weiß ich denn, was ich in meinem Leben manifestieren möchte? Das ist ja die nächste Frage. Man kann sich ja überlegen, ja, ich möchte gerne ganz viel Geld haben oder ein Haus oder dies oder jenes und dann hat man es und dann merkt man so, das ist es irgendwie doch nicht. Also ich gebe euch mal ein Beispiel in meinem Leben. Ich war ganz, ganz lange, ich habe ganz lange Irish Dance gemacht und ich war auch sehr ärgert sich in dem Bereich, habe auch im Wettkampf getanzt. Und ich hatte den Traum und wollte wirklich das manifestieren, dass ich irgendwann mal europäische Weltmeisterin, also erstmal deutsche Meisterin und dann Weltmeisterin werde. Und natürlich habe ich trainiert, ja, habe aber auch schnell gemerkt, dass es mir sehr, sehr schwer fiel. Also ich weiß nicht, was es war, ich habe viel mehr trainiert auch als die anderen, aber habe viel, viel langsamere Fortschritte gemacht, mir fielen die Dinge ganz, ganz schwer. Und entsprechend bin ich nie an diesen Punkt gekommen, ja, also ich habe ein paar Competitions gewonnen, aber es war extrem hart für mich und das hat mir auch irgendwann keine Freude mehr gemacht. Aber trotzdem hatte ich diesen Wunsch, dass ich dachte so, ich will das aber unbedingt haben, ja, ich will das unbedingt machen. Irgendwann habe ich dann festgestellt, ja, das ist eigentlich nicht, das war nicht ein Seelenwunsch, sondern das war ein Wunsch meines Egos. Ich wusste oder habe immer gemerkt, wenn ich Irish Dance mache oder wenn ich von Irish Dance gesprochen habe, waren die Leute, ah, das ist ja spannend, zeig doch mal was. Und ich stand immer im Mittelpunkt, als ich das gemacht habe. Ich war auch dann auch teilweise auf der Bühne, wir hatten Shows und so und es war immer auch ein schönes Gefühl, im Mittelpunkt zu sein. Und letztlich war das eigentlich eher ein Ego-Wunsch von mir, so dieses, oh wow, wenn ich dann erst mal einen Meistertitel habe, ja, dann sind die Leute noch krasser, dann gucken die noch mehr auf mich. Und es war wirklich ein Ego-Wunsch und kein Seelenwunsch. Und ich habe eben gemerkt, dadurch, dass es so extrem schwer war für mich, diesen Wunsch zu realisieren und mich auf diese, also, wo ich dachte, das muss sich doch irgendwie manifestieren. Aber es hat es einfach nicht. Und es war extrem schwierig, das irgendwie umzusetzen. Jeder Schritt war schwer, bis ich es irgendwann aufgegeben habe, weil ich gemerkt habe, es ist einfach nicht meins. Es war nicht das, was ich wollte. Und ich habe aber daraus gelernt, dass es wirklich zwei Ebenen von Manifestationswünschen gibt. Das eine, die eine Ebene ist, dass das, ich sage mal so, die Ego-Ebene, die schnellen Wünsche, die Wünsche, die uns Aufmerksamkeit vielleicht bringen, die Wünsche, die uns, wo wir denken, ja, wenn wir das haben, dann wird etwas sich in uns stillen, was, was wir irgendwie, wo wir denken, dass wir es brauchen. Also Liebe, Zuneigung, mit Geld vielleicht Sicherheit, sowas in der Richtung, ja. Wenn wir aber von unserer Seele aus uns Wünsche überlegen oder von unserer Seele aus manifestieren und sagen, was ist es eigentlich, was wir in unserem, was unsere Seele in diesem Leben erfahren will, dann sind wir auf einem ganz anderen Level. Und dann kann es sein, dass Dinge zu dir kommen, auf die du vielleicht vorher nie, nie gekommen wärst, ja. Also zum Beispiel bei mir, ich hatte nicht auf meiner Agenda, dass ich irgendwann mal Autorin sein werde und Bücher schreibe. Bis es zufällig dazu gekommen ist und ich habe was gemacht, was mir, also was, was im Prinzip meine Seele mir, hat mir meine Seele den Weg gezeigt und ich habe was gemacht und dadurch ging es so einfach, ja. Viele Leute haben mir gesagt, wie bist du dann überhaupt dazu gekommen, dass du dein erstes Buch veröffentlicht hattest und wenn ich dann die Geschichte erzähle, wie einfach das war, ist es für viele kaum zu glauben, weil man ja ständig hört, es ist so schwer, Bücher zu veröffentlichen oder überhaupt einen Deal zu bekommen mit einem Publisher und für mich war es Piece of Cake, muss ich einfach sagen, ja. Es ist mir in den Schoß gefallen und daran habe ich eben auch gemerkt, wenn die Dinge einfach sind, wenn es wirklich flowt und so einfach funktioniert, ist es auch ein wunderbarer Hinweis dafür, dass du jetzt wirklich gerade auch auf der Spur von deiner Seele bist und nicht von dem Ego aus operierst. Und wenn wir das jetzt mal zusammenfassen, wie mache ich jetzt meine Manifestation, also wie manifestiere ich jetzt? Ich habe nämlich wirklich gedacht, hey, wenn es eigentlich so ist, dass wir eine Seele haben und das ja, also da sitzt ja sozusagen die universelle Lebensenergie drin, das ist die Schöpferenergie. Mit dieser Schöpfungsenergie sind wir in der Lage zu manifestieren, weil wir in dem Sinne, ja, wir haben diesen Spark des Universums in uns. Und wenn wir von dieser Ebene aus operieren, dann ist es doch eigentlich total einfach, weil wenn wir uns bewusst sind, wir haben eine Seele und wir sind in dieser wahnsinnigen Energie drin. Wir merken so, wow, krass, ich habe eine Seele, das ist ja irgendwie cool und ich verbinde mich mit meiner Seele und ich merke, wie viel Liebe da ist, wie viel Licht da ist, wie schön das ist. Und dass man dann ganz automatisch die Dinge anzieht, die vorgesehen sind für einen. Man muss sich überhaupt nicht mal überlegen, oh, ich möchte jetzt gerne das Haus und ich möchte dies und jenes. Ich fand es nämlich immer super schwierig, mir zu überlegen, was ich eigentlich haben will. Ich dachte immer so, keine Ahnung, ich finde ein Haus in den Bergen schön, ich finde ein Haus am See schön. Ich weiß nicht, was ich will, ja. Und ich fand das immer wirklich schwierig, weil ich sage, ja, aber wenn du manifestieren willst, dann musst du doch wissen, was du willst. Du musst genau wissen, wie dein Leben auszusehen hat. Und ich dachte so, oh, ich weiß es aber nicht. Und seitdem ich dieses Konzept des Schamanismus und der Manifestation zusammengebracht habe, habe ich gedacht, ja, ich muss es ja auch gar nicht wissen. Oder ich muss es nicht auf meinem Bewusstseinslevel wissen, sondern meine Seele weiß es ja. Und wenn ich der einfach die Zügel übergebe, wenn ich da einfach loslasse und sage jetzt, okay, alles, was ich tun muss, ist, in dem Bewusstsein zu sein, ich habe eine Seele, täglich damit zu kommunizieren, zum Beispiel über schamanische Reisen, in Kontakt zu sein mit dieser universellen Energie. Sei es jetzt mit meiner eigenen oder wirklich auch in der Tierkommunikation, in der Natur zu sein. Das bringt mich genau auf dieses Level, von wo aus ich alles in meinem Leben manifestiere, was da hingehört. Und ich kann euch sagen, also es funktioniert. Es funktioniert unglaublich gut. Man muss natürlich dann einfach auch offen sein und sagen, okay, vielleicht wird dann nicht das Leben draus, das ich mir jetzt in meinem Kopf zusammengebastelt habe, sondern es ist was ganz, ganz anderes. Das ist natürlich dann die andere Sache, dafür offen zu sein. Aber je mehr man dann oder je weniger man da festhält an bestimmten Ideen, wie was zu sein hat, dann kannst du dir sicher sein, dass egal was kommt, es ist das Beste für dich. Und das ist doch cool, oder? Und ich gebe euch noch ein Beispiel für mich. Ich habe eben auch lange, lange überlegt, was soll es in meinem Leben sein? Wie soll mein Leben aussehen? Ich habe lange gedacht, ich werde irgendwie Professorin, Biologie, Wissenschaft und so weiter, weil das irgendwie so der Weg war. Habe dann aber auch gemerkt, nee, nee, das ist es auch nicht. Weil ich überhaupt gar nicht mehr wusste, wo, wie, was. Und ich habe dann schamanische Reisen gemacht und auch in meinen Träumen meine Seele befragt, was ist es denn, was du willst? Was sind deine Seelenwünsche? Ja, was möchtest du manifestieren in diesem Leben? Und da kamen ganz klar Bilder von einer Familie zu haben, aber auch irgendwann ein großes Stück Land zu kaufen, wo ich eine Art Gnadenhof draus machen werde. Also es werden Tiere zu mir kommen, denen es nicht so gut ging, denen ich ein neues Zuhause geben kann. Und das hat sich auch so Schritt für Schritt für mich gezeigt, dass jetzt mit meinen beiden Katzen, die ich habe, für mich ist das größte Glück, Tieren ein schönes Zuhause zu geben oder für Tiere zu sorgen und sicherzustellen, dass sie alles bekommen, was sie brauchen, sodass sie ein wunderbares Leben haben. Und das erfüllt mich mit so viel Freude, dass ich genau weiß, ja, das ist ein Seelenwunsch, das ist es wert, wirklich dafür meine Manifestationsenergie auszubringen. Und ich habe mir das irgendwann dann auch wirklich mal vorgestellt, wie mag das aussehen, wo ist das und welche Tiere werden da sein, wie wird sich das anfühlen? Ich gehe morgens raus auf die Weide und sehe irgendwie, wie so ein junger Esel da sitzt oder er quiekt und blökt und sich freut oder die Schweinchen im Dreck wühlen. Ja, aber ihr merkt sicherlich, während ich darüber rede, dass mich das mit so viel Freude erfüllt und als ich mir das vorgestellt habe, wie das dann aussehen wird, wie sich das anfühlt, zu sehen, dass es diesen Tieren gut geht, dann dachte ich so, ja, ich glaube, ich kann mir nichts Erfüllenderes in meinem Leben vorstellen, als all meine Energie in die Verwirklichung von diesem Traum oder von dieser Vision, Manifestation zu stecken. Und auch wenn es jetzt noch relativ weit aussieht, ich habe jetzt nicht das Geld dafür, so ein riesen Anwesen zu kaufen, aber ich weiß auch, dass Dinge sich ganz, ganz schnell ändern können. Und ich weiß, dass diese Vision, diese Manifestation Realität werden wird. Ich habe das schon auch von anderen schamanisch-Praktizierenden jetzt gehört, die haben das auch gesehen in ihren Reisen, dass ich alle Weichen dafür gestellt habe, dass das passieren wird. Und während ich jetzt auch als Biologin darüber spreche, über Tierschutz, Naturschutz, aber auch den Aspekt einzubringen, das Schamanische, dass eben Tiere nicht einfach nur ein Stück Fleisch sind, Bäume nicht einfach nur ein Stück Holz sind, sondern auch sie beseelt sind, sie haben eine Seele und was wir von den Tieren lernen können von der Natur, das alles fließt jetzt ineinander und es ist so schön zu sehen, wie sich das so langsam aufbaut und wächst. Und ich weiß, dass das sich dann alles sortieren wird, da wo es hingehört. Genau. Ja, ich hoffe, das war jetzt sinnvoll. Ich will nochmal ganz kurz zusammenfassen, also wie kannst du das jetzt für dich auch nutzen? Erstens, werde dir darüber bewusst, dass auch du eine Seele hast, auch in dir fließt die universelle Lebensenergie und du kannst dir darüber bewusst werden, indem du wirklich einfach mal still wirst. Du gehst in die Manifestation, sorry, du gehst in die, zu viele M-Wörter, du gehst in die Meditation, das ist was ich gesucht habe, du gehst in die Meditation, also suchst dir einfach einen Moment, gehst in die Stille, schließt die Augen und dann verbindest du dich mit dieser Lebensenergie, mit deiner Seele. Nimmst einfach Kontakt auf, du gehst da wirklich ganz bewusst hin und sagst, hallo, Seele, hallo, ist da jemand? Und du wirst Antwort erhalten. Vielleicht ist es in deinem Herzen, in deinem Bauch so, im Kopf sitzt es glaube ich eher nicht so, das ist dann wieder vielleicht die Ego-Stimme, die da spricht. Aber schau mal, dass du damit einfach in Verbindung kommst mit deiner Seele. Und das ist so der allererste Schritt. Und dann kannst du konkreter fragen, was sind denn die Dinge, die ich in meinem Leben manifestieren möchte? Was ist, was meine Seele erfahren möchte in diesem Leben? Das kannst du auch zum Beispiel über eine Meditation machen, über eine schamanische Reise, wenn du schon weißt, wie man reisen kann. Falls du es noch nicht weißt, kannst du dir erstmal auch zur Info dieses Video hier anschauen. Da habe ich eine kleine Einführung gegeben. Und wenn du sagst, hey, ich will das aber unbedingt lernen, dann kann ich dir auf jeden Fall auch die Basiskurse von der Foundation for Shamanic Studies empfehlen. Es gibt auch ganz viele Bücher darüber, also ja, auf jeden Fall eine Möglichkeit. Und was du auch machen kannst, ist, bevor du ins Bett gehst, nimmst du dir ein Stück Papier, schreibst dir das nochmal auf, sagst, okay, ich möchte in meinem Traum gezeigt bekommen, was sind denn die Dinge, die in meinem Leben sich manifestieren sollen? Was sind meine Seelenwünsche? Was ist es, was meine Seele möchte, dass sich manifestiert in meinem Leben? Und wenn du nicht gleich in der ersten Nacht ein klares Bild bekommst, dann mach es einfach ein paar Nächte und probiere. Irgendwann werden die Botschaften klarer, werden die Bilder auch klarer. Und dann am besten gleich am nächsten Morgen, wenn du dich noch frisch daran erinnern kannst, schreib es dir auf. Und so wird sich nach und nach für dich ein Bild zusammenbauen. Und dann schau einfach mal und sei offen dafür, was da kommt. Das ist, glaube ich, das Wichtigste. Genau. Und ja, so habe ich das bisher gemacht. Funktioniert super für mich. Und da braucht man auch nicht diese tausend Manifestationsmethoden, die da alle gesagt werden, wo man irgendwie, weiß ich, 5000 Mal sich im Kreis drehen muss, Richtung Norden ausgerichtet und dann 500 Mal irgendwelche Affirmationen runterreden muss. Also das kann sicherlich nicht schaden. Aber ich glaube, es wird nicht helfen, bevor du dir nicht bewusst wirst, dass du von dieser höheren Energie aus, von diesem höheren Selbst aus agieren musst, um die Sachen wirklich zu manifestieren. Und nicht aus Verzweiflung heraus, nicht daraus, weil du denkst, oh Gott, ich habe das aber jetzt nicht, aber ich brauche jetzt unbedingt Geld und ich muss jetzt tausend Mal sagen, ich bin Millionärin, ich bin Millionärin, ich bin Millionärin und dann kommt das Geld. So funktioniert das Ganze nicht. Das kann ich dir schon mal sagen. Sondern wenn du dir bewusst wirst, wait a minute, ich bin, ich bin hohes, ich habe ein höheres Bewusstsein, in mir fließt die universelle Lebensenergie, dann hast du schon alles, was du brauchst. Ich meine, was kann man mehr wollen? Es ist alles da, was du brauchst. Und wenn du dir das bewusst wirst und denkst so, okay, cool, da kann ja nichts mehr schief gehen. Es ist ja alles da. Dann kommst du in so eine Entspannung rein und du weißt, ja krass, ich kann das ja selber lenken. Ich bin ja eigentlich, also ich bin ja das Universum. Ich bin ja diejenige, die hier entscheidet, wo es lang geht. Und wenn ich sage, ich habe jetzt immer mehr genug Geld, als ich brauche, dann ist das auch so. Und auch wenn sich das vielleicht noch nicht gleich zeigt in deinem Äußeren, in deinem Außen, aber es braucht erstmal so ein bisschen, bis das physikalische um dich herum mitschwingt sozusagen. Weil du ja als Entscheiderin sagst auf deiner geistigen Ebene, jetzt geht's los, ab jetzt habe ich immer viel mehr Geld, als ich brauche für mein Leben. Und du hältst an dieser Vorstellung, hältst an dieser, an dieser, es ist ja nicht nur eine Vorstellung, es ist ja eine Tatsache, ja, für dich. Du sagst, es ist jetzt so, weil ich bin Creator, ich bin diejenige, die entscheidet. Und wenn ich sage, das ist so, dann ist das so. Und du hältst daran fest, bis du dann irgendwann wirklich siehst, ja krass, guck mal, wie sich das langsam alles verändert in meiner Umgebung. Und ich habe das so oft schon erfahren in meinem Leben. Also es ist wirklich was, wo ich aus eigener Erfahrung sprechen kann, es funktioniert. Sobald du dir bewusst wirst, wer du wirklich bist, dass du eine Seele hast und dass du die höhere Lebensenergie in dir fließen hast und von diesem Level aus agierst, ist alles möglich. Ja, ich hoffe, dieses Video war hilfreich für dich. Da lass mir gerne einen Kommentar zum Thema Schamanismus, Manifestation. War dir das irgendwie, diese Verbindung klar oder hat es ein bisschen was geholfen? Was hast du schon manifestiert? Hast du vielleicht auch was manifestiert, was du gar nicht wolltest? Würde ich mich interessieren. Ich finde das Thema super spannend. Da kommen sicherlich noch mehr Videos darüber. Aber für heute war es das erstmal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und genau, wenn du gerne weitere Informationen auch zum Thema Schamanismus hast, dann kannst du natürlich jederzeit hier auch auf meine Videos klicken. Ich habe eine ganze Playlist dazu. Und wenn du noch weitere Informationen über mich haben willst oder auch eine Konsultation buchen willst, in eine schamanische Sitzung zum Beispiel, oder du hast eine bestimmte Frage und möchtest mal, dass da jemand mal draufschaut oder auch deine Seele befragt. Was sind denn eigentlich deine Seelenwünsche? Kann man das alles natürlich super machen. Dazu auf meine Website gehen, madeleenziege.de und ja, kontaktiere mich einfach. Ich wünsche dir eine schöne Woche und bis zum nächsten Sonntag. Ciao. Ciao.